Hey Leute, zu meinem ersten Video sozusagen jetzt als Pferdekanal. Ich habe heute einen kleinen Hohel für euch. Also hier seht ihr das Paket. Ähm, ja. Ich zeige euch dann mal, was da drin ist. Oh, jetzt ist das Paket offen. Und das ist das, was ich bestellt habe. Genau, das machen wir jetzt mal auf. Und dann sage ich euch, was das drin ist. So, und jetzt könnt ihr mal alle raten, was das für ein Pferd sein könnte. Basic-Line. Jetzt steht das ja hinten drauf. Ja. Ähm, genau. Hier, Knotenhalfter Bordeaux, weiß in Größe full und das hat 7,50 Euro gekostet. Ich werde das kurz entwirren und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, Leute, so sieht das aus. Ich sollte vielleicht mein Gegend das Licht filmen. Ja, so sieht es aus. Ähm, hier oben kannst du das aufmachen. Und die Größe einstellen. Fünf Pferde mit einem ganz riesen Schädel. Ja, die Cassie hat Größe Warmblut. Aber das werde ich dann wohl an ihr erst ausprobieren müssen. Wie das aussieht. Oder wie groß sie es braucht. Und ja, wenn ihr Ahnung damit habt, wie man das noch einstellen kann, ob man das irgendwie noch hier oder so einstellen muss, dann würdet ihr mir eine große Arbeit ersparen. Aber, ja, wenn, muss ich das selber rausfinden. Oder hier passt das jedem Pferd so. Und man muss nur hier verstellen. Und ja, ciao!